Das Gerücht kursiert seit November vergangenen Jahres. Jetzt hat ein Augenzeuge erstmals bestätigen können. Der Wiener Mohamed Mahmoud, mit 34 Jahren brutalster Kämpfer des Terrorregimes IS, ist tot. Gefallen bei einem Luftangriff, wie ein deutscher Islamist jetzt dem freien Journalisten Gerhard Tuschler im syrischen Gefangenenlager Al-Hashaka bei Aleppo exklusiv bestätigt. Zitat, ich habe gesehen, wie sie seine Leiche weggebracht haben, sagt Mohamed D26 vor laufender Kamera. Tuschler hat den gefangenen IS-Kämpfer aus Rheinland-Pfalz mehrfach getroffen. Mohamed Mahmoud, der unter dem Pseudonym Abu Usama al-Gharib predigte und durch ein grausames Propaganda-Erschießungsvideo weltweit traurige Berühmtheit erlangt hatte, sei am Ende seines Lebens nicht wiederzuerkennen gewesen. Er war völlig abgemagert. Weil er zuletzt bei der IS-Führung in Ungnade gefallen sein soll, sperrten ihn die Islamisten in jenes Gefängnis, das bei einem Luftangriff zerstört wurde. Mahmoud war 2008 in Österreich wegen terroristischer Vereinigung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Nach seiner Entlassung zog er in den Heiligen Krieg nach Syrien. Zuvor verbrannte er öffentlich seinen österreichischen Pass.